Ihr kennt bestimmt einen Song von uns. Wenn ihr den alleine anstimmt, dann spielen wir den auch. Brötchen mit Bruder und Fuß! Brötchen mit Bruder und Fuß! Brötchen mit Bruder und Fuß! Wir verabschieden euch zu diesem Song. Dank euch allen, dass ihr hier wart. Ihr kommt jetzt wieder noch zu Boys Horace. Und viel Spaß auf ihr heute und morgen, auf dem Festival. Danke, wir waren great, Fracters! Das ist Brötchen mit Bruder und Fuß! Super, 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 super geil! Wollen wir mal klatschen jetzt! UNTERTITELUNG 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 Meldet von der Hose 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 Schuhstuckstunde, hab ich mein Gespekt Schaustuckstunde, geh mal am Haag Und ich soll erst was weg Porfekstum, leckstum ist weg Und ich kühle meine Schuhe aus Denn ich find du wie der zuhause Was ich krieg, glaub ich nicht, denn ich habe keine Duas und die Braus und nur Brüchen Wir sind nur daran, wum, 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 wum Brüchen mit Butter und Brüchen mit Butter und Brüchen mit Butter und Brüchen mit Butter und Brüchen Wir sind nur daran, wum, 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 wum Brötchen mit Butter und 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 Br Was für zäél, ich bin dein Ding Benut, was ist fdest choice. Was für zä mener Großst아�zihu, wie du in der Wohnung bist. Was für zä masterst Snap Development. In Haust Sometimesrica, was für zäule Oftentimes, Was für zäunde Hollandscherteilaht. Was für zäule, ich bin dein Instaar. Was für zäule, ich füsste Ihnen zu lösen. Dankeschön!